CDU und CSU, die beiden christlichen Parteien, üben sich gerade nicht in gegenseitiger Nächstenliebe. Sie streiten, getrieben von der Sorge um den Machtverlust. Krachende Niederlagen bei den Landtagswahlen, Umfragewerten, Werte, die fast einer Volkspartei nicht mehr würdig sind. Die CSU macht die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin dafür verantwortlich und droht mit Trennung. Und konservative Abgeordnete verlangen ein klareres Profil. Zoff unter Schwestern, Union auf Kurssuche, darüber reden wir in dieser Runde und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Und das sind meine Gäste. Für die CDU ist bei uns Steffen Bilger, seit 2009 im Bundestag, Vorsitzender der Jungen Gruppe. Und er hat gerade in Baden-Württemberg den grün-schwarzen Koalitionsvertrag mitverhandelt. Schönen guten Abend. Auf der anderen Seite für die CSU, Dr. Silke Launert, seit 2013 im Bundestag und auch im Parteivorstand der CSU. Sie gehört zum Berliner Kreis, eine Gruppe von 15 Abgeordneten, die sich gegen einen Linksdrift der Union wehrt. Prof. Heinrich Oberreuther ist bei uns. Politikwissenschaftler, lange an der Uni Passau gelehrt und ein guter Kenner der CSU. Eva Quattweg begrüße ich herzlich, Leiterin des Hauptstadtbüros der Rheinischen Post hier in Berlin. Herzlich willkommen. Herr Bilger, in CDU-Grundsatzprogrammen, da steht es ganz genau, die CDU ist die Volkspartei der Mitte. Und in ihr sind auch die politischen Strömungen lebendig, aus denen sie nach 1945 entstanden ist. Die christlich-soziale, die liberale und die wertkonservative. Sorgt jetzt Winfried Kretschmann als Ministerpräsident der Grünen für den wertkonservativen Teil in ihrer schwarz-grünen Koalition? Das versuchen wir natürlich schon auch selbst zu machen, wobei die Situation in Baden-Württemberg, glaube ich, schon ein Beleg dafür ist, dass sich in der Parteienlandschaft schon sehr viel verändert. Also bei uns die Grünen, die sich sehr stark in die Mitte bewegt haben, uns dadurch zugegebenermaßen Probleme bereiten. Aber trotzdem wird auch uns in Baden-Württemberg nichts anderes helfen, als ein eigenständiges Profil jetzt auch in der Koalition zu bewahren und dann bei der nächsten Landtagswahl den Wählern ein attraktives Angebot zu machen, wo klar ist, wofür die CDU steht. Und dann auch wieder in die Führung zu kommen in Baden-Württemberg. Aber steht die CDU noch für wertkonservativ? Ich denke schon, dass wir nach wie vor für die verschiedenen Säulen, die Sie gerade angesprochen haben, stehen. Allerdings anders, als es ursprünglich der Fall war. Einfach aber, weil sich die ganzen Parteien, die SPD genauso wie die Grünen eben auch in die Mitte bewegen. Dadurch wird das alles schwieriger und wir haben nicht mehr die Situation wie früher. Auch aus unserem Bundesland gab es ja Vertreter wie Heiner Geißler beispielsweise, die für klare Flügel gestanden haben. Aber ich weiß auch nicht, ob diese Politiker wie Heiner Geißler oder Franz Josef Strauß oder Wehner heute überhaupt noch mehrheitsfähig werden. Weil wir in einer Gesellschaft leben, die sehr stark den Konsens sucht. Und das wirkt sich eben auch auf die politische Landschaft aus. Alle strömen irgendwie in die Mitte. Frau Launitz, Sie haben ja diesen Brief unterzeichnet mit anderen Abgeordneten des sogenannten Berliner Kreises. Und da steht auch in dem Brief, der Markenkern der CDU, CSU sei aus dem Blick geraten. Was beklagen Sie genau? Also im Grunde gibt es hier drei Strömungen bei den Konservativen. Das sind die Wertkonservativen, die Wirtschaftsliberalen und, und denen gehöre ich eindeutig zu, das sind die, die die innere Sicherheit mit an erster Stelle setzen. Und natürlich war es schon so, dass die Entscheidung der Kanzlerin im Herbst letzten Jahres viele verunsichert hat. Sowohl jeder normale Mensch als auch Politiker verunsichert hat. Es ist halt so gewesen, dass wir 650.000 in Bayern registrierte Flüchtlinge allein in drei Monaten hatten. Es sind natürlich viele nicht registriert ins Land gekommen. Sicherheitspolitische Politiker, wie ich sozusagen, haben da natürlich Alarm geschlagen und haben gesagt, das ist doch Wahnsinn. Aber das hat sich ja ein bisschen geändert und dieser Brief ist ja jetzt erst gekommen. Warum jetzt? Na, weil wir natürlich schon gesehen haben, dass das, was wir gespürt haben, die Ängste der Menschen auch wirklich so angekommen sind. Es ist natürlich schon so, dass sich die Situation etwas geändert hat. Aber das Problem insgesamt ist doch noch nicht gelöst. Also jeder, der jetzt denkt, nur weil wir jetzt weniger haben, haben wir alle Probleme gelöst, so ist es doch noch nicht. Wir haben nach wie vor erhebliche Integrationsherausforderungen zu bewältigen und wir haben die Gesamtflüchtlingsproblematik noch nicht bewältigt. Wir müssen uns in der Zukunft klar positionieren, wohin geht es. Wir haben immerhin 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Das Problem ist noch nicht eindeutig gelöst. Das ist aber nur ein Aspekt. Herr Professor Oberreuther, wie sehen Sie das, dass es diesen Brief gibt, dass es klar Abgeordnete gibt, die sagen, da ist eigentlich kein klares Profil. Die Flüchtlingspolitik war da sicherlich ein Auslöser. Wohin driftet denn die Union? Stimmt das denn, dass sie nach links driftet? Also die Flüchtlingspolitik war sicher ein Auslöser und sie war mehr als ein Auslöser in der Wählerlandschaft insgesamt, weil sie den Wechsel mehr nach rechts erheblich dynamisiert hat und einen Schub Richtung AfD gegeben hat. Unter anderem auch deswegen, weil sich die berühmten Wertkonservativen in der Politik der CDU nicht mehr wiedererkannt haben. Die These oder die empirisch erhärtete These nach den Forschungen von Infratest-DIMAP ist ja, dass die Wählerschaft in Deutschland sozusagen mehrheitlich die CDU inzwischen links von der Mitte ansiedelt und dass sozusagen das alte wertkonservative Bündnis CDU und CSU gemeinsam rechts von der Mitte, nicht rechts außen, aber rechts von der Mitte sich aufgelöst hat. Und die CSU mittlerweile alleine steht an diesem Platz. Und wenn man sich das insgesamt anguckt, worauf die Wähler reagieren, dann muss man sagen, dieses Vakuum, wenn man das so nennen darf, oder das Verschieben der CDU, das empfundene Verschieben der CDU, hat natürlich auch dazu geführt, dass viele in die Wahlabstinenz gegangen sind. Das ist gar nicht zu leugnen, denn auf einmal gibt es ein Angebot wertkonservativer Art, wenn vielleicht auch problematischer Art in der einen oder anderen Dimension. Auf einmal kommen die Wähler zurück. Und früher hätten wir uns auf die Schultern geklopft und hätten gesagt, wunderbar, die Demokratie ist wieder verankert in diesem Land. Und jetzt sagen wir um Himmels Willen, die kommen zurück und wählen das Falsche. Also die Dinge sind doch sehr differenziert. Und es ist in der Tat so, dass modernisierende Strömungen das Gesamtprofil der Union in Bewusstsein vieler ihrer früheren Wähler verändert haben. Und das ist das Problem, um das man reden muss. Wenn ich noch einen Satz sagen darf, da würde ich sagen, wir müssen uns überhaupt grundsätzlich Veränderungsprozessen in der Gesellschaft widmen, das, was die Parteien gelegentlich so meinen. Es gäbe die Stammwähler und jene Stammwähler. Und die Gesellschaft stünde ihnen zur Disposition, das stimmt einfach nicht mehr. Die Leute gehen auch nicht in die Mitte, sie gehen auch nicht in die Ränder, sondern die Leute wollen sich selbst artikulieren. Und das ist das Interessante, was auch auf Kosten der Volksparteien geht. Die Leute wollen politische Organisationen haben, die das ausdrücken, was ihrem Lebensstil und ihrem Lebensempfinden entspricht. Und das ist mal so und mal so. Das sagt Seehofer auch, dass man mit den Leuten reden muss und besser hinhören muss. Frau Quattbeck, passen CDU und CSU eigentlich noch wirklich zusammen, wenn man sich die Diskussion der letzten Monate anschaut? Das ist auf jeden Fall ein sehr langer Prozess, wie es jetzt dazu kommen konnte, dass der Konflikt zwischen CDU und CSU in dieser Art und Weise eskaliert ist. Das ist ja nicht nur die Flüchtlingskrise, sondern es war ja so, dass durchaus die Union insgesamt erst in die gesellschaftliche Mitte und dann sicherlich in die Mitte links gerückt ist. Da werden ja dann auch immer verschiedene Ereignisse, wie der Atomausstieg, unter anderem aber auch die Abschaffung der Wehrpflicht, die ja ein CSU-Projekt war. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Solche Dinge werden da genannt, wo dann, sag ich mal, so alte Gewissheiten einfach über Bord geworfen worden sind. Und die CSU war mit vielen Sachen schon damals nicht unbedingt einverstanden, hat aber die Füße stillgehalten, weil die Kanzlerin stand ja immer bei 40 Prozent. Und im Dienste der Macht hat man dann gesagt, naja gut, wenn die Leute das so wollen, dann machen wir das mit. Und dann kam die Flüchtlingskrise. Und da würde ich auch gar nicht verhehlen wollen, dass das die Leute in der Tat verunsichert hat. Aber auch der Umgang der Schwesterparteien mit dieser Flüchtlingskrise hat natürlich erheblich dazu beigetragen, dass die Umfragewerte jetzt so sind, wie sie sind. Also das Dauerfeuer der CSU aus München gegen die Kanzlerin hat zu der Verunsicherung der Menschen natürlich noch beigetragen, weil es war ein Katalysator dafür. Es gibt, ja ich weiß, es gibt zwei Lesarten. Wer ist denn nun schuld, dass die AfD auf der rechten Seite entstehen konnte? Die CDU sagt in Teilen, naja, die CSU ist schuld, weil sie hat das Dauerfeuer gegen die Kanzlerin und deren Politik gerichtet. Und auf der anderen Seite sagt die CSU dann, nein, es ist die Kanzlerin mit ihren Positionen. Und ich denke, beide Dinge gehören zur Wahrheit dazu. Herr Bilger, Sie haben ja auch im Januar mit 43 anderen Abgeordneten einen Brief geschrieben gegen die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. Haben Sie Ihre Meinung geändert? Würden Sie diesen Brief heute noch mal schreiben? Weil Sie gehören ja nicht zu den Unterzeichnern des Berliner Kreises. Ich glaube, wir verwirren die Menschen bald mit verschiedenen Briefen, die wir schreiben. Ja, das ist ja auch ein bisschen, dass man denkt, huch, das war doch immer so eine harmonische Partei, was ist los da? Ja, wobei es mir mit den Kollegen in der damaligen Situation darum ging, einfach noch mal einen Punkt zu setzen, was den kurzfristigen Umgang mit der Flüchtlingskrise anbelangt. Also ich konnte immer guten Gewissens allen Bürgern, die mich angeschrieben haben, auf die Fragen zur Flüchtlingskrise antworten, dass ich alles unterstützen kann, was Angela Merkel mittel- und langfristig plant. Ich hätte mir damals gewünscht, dass bei Themen wie Grenzsicherung wir konsequenter vorgegangen wären. Aber jetzt erleben wir ja, dass die Flüchtlingszahlen zurückgehen. An wem auch immer das jetzt genau liegen mag, müssen wir hier ja nicht ausdiskutieren. Aber es ist jetzt eine Entwicklung, die zeigt, dass ihre mittel- und langfristigen Ansätze, glaube ich, die richtigen sind. Weshalb ich auch sehr hoffe, dass wir es schaffen, als Union gemeinsam jetzt wieder zusammenzufinden und dann auch im Hinblick auf die Bundestagswahl wieder ein gemeinsames Erscheinungsbild hinzubekommen, weil das auch eine unserer Lehren nach dem 13. März ist, dass Streit wirklich das Schlechteste ist, wenn man auf eine Wahl zugeht. Also wir müssen es dringend schaffen, dass wir wieder zusammenfinden. Und ich glaube, nach den Entwicklungen jetzt in der Flüchtlingskrise mit den zurückgehenden Zahlen, mit den Konsequenzen, die in der Innenpolitik bereits gezogen wurden und die jetzt auch europäisch gezogen werden, dann haben wir auch die Chance, wieder zusammenzufinden und eine gemeinsame Politik zu machen. Verfreuen Sie es denn, diesen Brief geschrieben zu haben oder mit unterzeichnet zu haben, weil das Signal nach außen ist ja, die sind sich nicht einig und die streiten sich. Also ich habe zum damaligen Zeitpunkt schon gefunden, dass der Brief nötig war, wie die Kollegen damals auch. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass das dann ein Problem war, beispielsweise bei unseren Landtagswahlen, sondern es war, glaube ich, nochmal ein Punkt, der wichtig war, deutlich zu machen, dass es eben in der Union schon relativ viele gibt, die mit einigen Ansätzen dieser Flüchtlingspolitik nicht einverstanden waren. Aber wie wichtig, Frau Lohner, ist es, dass man nach außen hin ja wirkt als eine gemeinsame Union? Und dass man, Frau Gottberg, sagt ja, man verwirret die Leute dann auch, dass man eben, dass man nicht, ja, dass dieser Streit nicht offen ausgetragen wird. Wie wegen Sie da ab? Sie senden ja auch ein Signal. Sie senden ein Signal des Streites und der Unzufriedenheit. Dann weiß der Wähler doch gar nicht, wo er dran ist. Zunächst kann ich sagen, dass es wirklich keinem leicht fällt, der irgendeinen Brief an die Kanzlerin unterschreibt. Oder ein Papier, in dem irgendeine Kritik an der Regierung fällt. Das fällt keinen Unionsabgeordneten leicht. Das ist das Erste. Es ist so, ich bin sehr viel draußen, sage ich immer, draußen bei den Menschen unterwegs. Und ich habe immer, ich habe wirklich dieses Gefühl gehabt, ich lebe in zwei verschiedenen Realitäten. Ich lebe in der Realität in meinem normalen Leben, unterhalte mich mit Müttern anderer Kindergartenkinder und mit der Bäckerei-Fachverkäuferin und mit fast jedem Taxifahrer, wenn ich mit dem Taxifahrer unterhalte ich mich, jedem Taxifahrer in Berlin und möchte immer wissen, wie die Menschen denken. Und ich sitze in der Fraktionssitzung und erlebe eine andere Realität. Und das ist natürlich schon ein Problem, wissen Sie, wo man dann sagen muss, wir haben die Kanzlerin in der Landesgruppe in Kräuter gehabt. Und da hat sie gesagt, bitte gib mir mehr Zeit bis Mitte März. Wir haben uns wirklich zurückgehalten. Sie müssten mal erlebt haben, wie die Stimmung bei den Landtagsabgeordneten war. Also viele haben sich auf die Zunge gebissen und haben wirklich zurückgehalten. Wir haben auch nicht laut geschimpft. Wir haben sozusagen einen Brief unterschrieben und haben uns echt zurückgehalten. Und dann haben wir genau das bekommen mit der Wahl, was wir erwartet haben. Und dann muss ich schon sagen, dass ich sprachlos war, als ich dann erfahren habe, also die Wahlniederlage daran schuld ist nur die CSU. Eigentlich hat die CDU alles richtig gemacht. Und nur die Leute verstehen es nicht und die CSU dran schuld, weil sie querschießt. Also ich konnte gar nicht sagen, wie sprachlos ich in dieser Fraktionssitzung und später noch bei der Gruppe der Frauen bei der Kanzlerin war. Und ich sage Ihnen, ich hätte nie, nie, nie unterschrieben, wenn ich so, es hätte, wir waren CDU und CSU in dieser Situation eigentlich schon so dicht beieinander. Warum? Weil natürlich sich die Fragen nach den nationalen Grenzschließungen schon gar nicht mehr gestellt hat, weil andere die Grenzen geschlossen haben und die Zahlen schon zurückgegangen sind. Wir waren so dicht beieinander. Und ich hätte so ein kleines Signal. Der Witz ist, die Kanzlerin ist ja schon in vielen Dingen schon auf die CSU zugegangen. Ist ja der Kurs schon immer mehr revidiert worden. Wenn man jetzt aber Umfragen liest, dann ist es so, dass die das immer noch, also 49 Prozent sagen, Frau Merkel macht gute Arbeit in der Flüchtlingspolitik und Horst Seehofer erfährt da eine Unterstützung von 39 Prozent, also weniger. Und auch in der Anhängerschaft von der CDU hat Merkel auch mehr Rückhalt als Seehofer. Also 69 Prozent der CDU-CSU-Anhänger finden Merkels Politik gut. Das ist doch eigentlich ein hoher Wert. Ja, und wie kommt plötzlich ein Wert zustande, dass zwei Drittel keine Verlängerung der Amtszeit mehr haben? Ich meine, sie war vor einem halben Jahr noch, oder vor einem dreiviertel Jahr, die Kandidatin schlechthin für uns. Auch für uns. Oberholt ist Frau Merkel an allem schuld. Nein, das will ich jetzt nicht sagen. Aber man muss irgendwann auch mal was sagen dürfen. Streiten und dann einen gemeinsamen Weg wieder finden. Wir müssen ja schon sagen, dass sie eine Entwicklung ausgelöst hat, die in sich höchst problematisch gewesen ist. Sie war ja nicht mal rechtskonform, um das Mindeste zu sagen, was aber in der Öffentlichkeit kein Mensch aufregt, weil die Moral eh höher steht in der öffentlichen Meinung als das Recht. Dass die Position unmoralisch gewesen ist, kann man nicht behaupten. Dass aber die Bayern zum Beispiel in der Flüchtlingskrise keine humanitäre und moralische Position bezogen hätten, ist auch ein Gerücht, dem man heftig entgegentreten muss. Die haben immer das Humanitäre ins Zentrum gestellt, haben aber gesagt, wir müssen auch mit der Praxis zurechtkommen. Notabene hatten sie die Praxis an den Grenzen, als alle anderen noch gar nicht wussten, wie ein Flüchtling aussieht, haben die schon mit Hunderttausenden umgehen müssen. Aber ich finde es ja interessant, dass sie so schön beschrieben haben, dass sie in Berlin diese wunderbare Käseglocke Kuppel genannt haben, damit die politische Realität und die Realität der Bürger und der Öffentlichkeit sich unterscheiden lassen. Das ist ja nun genau der Punkt. Und ich würde mich weniger aufregen, das sage ich jetzt als Politikwissenschaftler, wenn es Diskussionen gibt. Denn ich muss Ihnen ehrlich sagen, mir ist das Funktionieren der parlamentarischen Demokratie an sich und der öffentliche, innerparteiliche und innerfraktionelle Diskurs wichtiger als die Frage, wer ist jetzt gerade der Mensch an der Spitze des ganzen Betriebes. Denn die Legitimität verfällt, wenn die Politik und die Regierung nicht mehr in der Lage sind, Probleme adäquat zu lösen. Aber es hat sich ja trotzdem alles auf Merkel fokussiert. Es ging immer darum, ob sie die richtige Linie vorliegt oder nicht. Und daran hat sich auch Seehofer gestört. Aber warum hat sich alles auf Merkel fokussiert? Weil Angela Merkel die Rettung, die personelle Rettung der CDU in ihrer programmatischen, schwierigen Position ist, die etwas mit den Veränderungstendenzen in der Gesellschaft zu tun haben. Auch die Baden-Württemberger sind nicht auf dem Modernisierungstrieb insgesamt, auf dem die CDU gegangen ist. Und man hört natürlich immer wieder, dass führende Leute in der CDU lieber mit der alten Pizza-Connection und dem Erbe dieser Gruppe reden, als mit Konservativen reden. Nur, wissen Sie, die gehören, es gehören alle zum Volk. Und man kann nicht sagen, wie Scholle man mal gesagt hat, mit Idioten redet man nicht, Pegida im Kreuz. Sondern man muss sagen, alle gehören zur Demokratie und alle gehören argumentativ aufgenommen, aufgefangen. Okay, also das würde dann heißen, dass die beide sagen, dass man den Kontakt zu einer normalen Bevölkerung verloren hat und dass man deshalb halt eben auch die Wähler verliert. Frau Quadwick, ist es... Ich bin mir nicht so sicher, ob man den Kontakt zu einer normalen Bevölkerung verloren hat. Weil das, was Sie sagen, sagt eigentlich jeder Bundestagsabgeordnete, der einen Wahlkreis hat. Natürlich, alle reden in ihren Vierteln und in ihren Dörfern oder in ihren Kiezen, je nachdem, wo sie leben, mit den Bürgern. Und nehmen natürlich auf, was ihr Umfeld ihnen sagt. Und die Journalisten tun es übrigens auch. Die werden ja auch immer mit der Käseglocke gleich mit verhaftet. Und ich sehe das eher so, dass es gibt ein Misstrauensvotum gegen Politik, gegen Wirtschaft und auch gegen die Medien. Was sich widerspiegelt in der Sympathie für die AfD und auch in der Anhängerschaft von Pegida. Und das ist sicherlich etwas, gegen das man angehen muss. Und zwar mit Argumenten und natürlich die Politik mit Problemlösungen. Und da hilft es sicherlich nicht weiter, wenn die Schwesterparteien sich wirklich bis aufs Messer streiten. Argumentativer Diskurs, ja, muss sein. In der Demokratie müssen sozusagen die besseren Argumente siegen für etwas. Aber das Problem ist bei CDU und CSU, dass sich dieser Streit doch sehr verfestigt hat. Und dass zwischen Merkel und Seehofer auf der persönlichen Ebene das Tischtuch zerschnitten ist. Die beiden können auch professionell miteinander umgehen, aber persönlich funktioniert es nicht mehr. Und wenn man weiß, dass gerade in Regierungen die persönliche Ebene wirklich wichtig ist, damit der Laden läuft, ist das natürlich schon eine schwere Hypothek, wenn man mal auf 2017 guckt. Sie haben es bislang ja geschafft, sich immer mal wieder mit Integrationsgesetz und den Asylpaketen, da rauft man sich dann immer wieder zusammen, weil man sieht, wie mühsam das eben ist. Ich möchte da mal kurz was sagen zu dem Argument, dass das Vertrauen der Menschen in die Politik nicht mehr da ist. Das Vertrauen war doch da. Wie haben wir denn den letzten Wahlkampf bestritten nach dem Motto, vertraut mir? Das war doch da. Die meisten Menschen haben diese Führung vertraut. Es ist halt in den letzten drei, vier Jahren. Natürlich ist ein Problem, wenn alle Parteien sich fast einig sind in der Mitte und sagen, der einzige Weg ist der in der Flüchtlingskrise, der uns als einziger Weg präsentiert wurde, nämlich der Deal mit der Türkei. Und es gibt aber viele Menschen, die sagen, ich glaube aber vielleicht nicht ganz so, dass das der richtige Weg ist. Dann haben die ja keine Angebote von etablierten Parteien. Glauben Sie mir, ich kenne auch Menschen, die wollen eigentlich keine AfD wählen. Die wissen nur nicht, was sie wählen sollen, weil sie wissen, sie wollen nicht als einzige Lösung für den Flüchtlingsdeal den Deal mit der Türkei. Okay, aber ich würde gerne mal... Es gibt keine Alternativen und dann sind sie quasi genötigt, etwas zu wählen, wo sie eigentlich auch keine Lust haben zu wählen, aber es ist oft eine Trotzreaktion. Aber wir haben da halt eben einen offenen Dissens zwischen CDU und CSU, Herr Bilger, und wie. Und wir haben, wie Sie gesagt haben, das Tischtoch ist zerschnitten zwischen Seehofer und Merkel. Wie kriegt man das wieder hin oder ist es überhaupt sinnvoll, es wieder hinzukriegen, dass die beiden wieder in einem Strang sind? Also ich halte es für sehr wichtig, dass CDU und CSU wieder zusammenfinden. Und Angela Merkel zumindest treu es auf jeden Fall auch zu. Also ich glaube, die beweist auf internationaler Ebene, dass sie mit genügend schwierigen Beziehungen zu anderen Politikern trotzdem... Sie meinen, wer mit Putin und Erdogan verhandeln kann, kann auch mit Seehofer fahren, oder wie? Aber ich glaube, sie hat das schon oft bewiesen, dass sie auch in schwierigen Konstellationen dann doch immer wieder einen gemeinsamen Weg finden kann. Ich glaube, einen Aspekt sollte man schon auch noch beleuchten, dass wir ja einfach... Da möchte man nachfragen, was werfen Sie der CSU vor? Also ich muss sagen, dass ich durchaus der CSU immer wieder auch dankbar war und bin für Einwürfe, die jetzt auch in der Flüchtlingspolitik gekommen sind. Aber der Streit muss aufhören. Also ich glaube, das Verhalten beim Parteitag gegenüber Angela Merkel war nicht in Ordnung. Das haben wir auch vielfach mitbekommen, dass das sehr negativ bei unserer Wählerschaft ankam. Ich glaube, die CDU-CSU-Anhänger, die wollen dann schon, dass man einfach solide Arbeit macht und sich eben nicht dauerhaft streitet. Also so eine Auseinandersetzung in der Sache kann es durchaus mal geben, aber man muss dann wieder zusammenfinden. Und ich glaube, solche Dinge wie beim CSU-Parteitag, die sind eindeutig nicht hilfreich. Also ich sehe durchaus, dass auch in der CDU manche gerne den Konflikt mit der CSU suchen, aber umgekehrt ist sicherlich auch so. Und da kann ich nur an alle appellieren, wieder zusammenzufinden. Weil es wirklich, wenn wir von den Konservativen sprechen, für die konservativen Wähler, wichtig ist, dass die Vertrauen haben können, weil auch eine Geschlossenheit da ist. Und bei konservativen Wählern, glaube ich, darf man auch nicht verkennen, dass die Leute ja auch nicht wollen, dass wir einfach stehen bleiben, sondern dass die schon auch Entwicklungen in der Gesellschaft sehen. Unser Anspruch ist ja nicht, dass wir immer das behalten, was mal war, sondern wir wollen das Gute bewahren. Aber sind durchaus auch dem Fortschritt gegenüber offen. Und das muss man, glaube ich, auch immer wieder klarstellen in Diskussionen beispielsweise über Wehrpflicht, über Atomausstieg und ähnliche Themen, dass ja auch wir als Konservative uns durchaus fortentwickeln in unserer Position. Das hat uns ja auch immer ausgezeichnet. Als zusammengefasst, ich glaube, wenn wir uns wieder auf das Gemeinsame besinnen und daran arbeiten, dass wir wieder ein Bild der Geschlossenheit abgeben als CDU und CSU, dann kann auch das Vertrauen für uns als Parteien zurückkommen. Angela Merkel, denke ich, genießt nach wie vor großes Vertrauen bei der Bevölkerung, unabhängig davon, wie es bei den Flüchtlingskulten vielleicht auch passiert. Aber es gibt ja einfach inhaltlichen Unterschied da. Herr Oberreuther, wäre es denn nicht einfach sinnvoll, wenn das passiert, was die CSU jetzt so ein bisschen drohend auch gesagt hat, dass sie dann in ganz Deutschland antritt und dafür die CDU dann auch in Bayern, dann würde man doch eigentlich viel mehr Menschen gewinnen. Dann hätte man doch ein viel breiteres Spektrum und dann könnte man nachher koalieren. Wäre das nicht sinnvoll? Also die These, dass man viel mehr Menschen gewinnen würde damit und stärker würde im Wählerpott, ist eine hochinteressante, aber im Kern absolut falsche. Denn das Problem ist, worauf beruht die Stärke der CSU? Die beruht nicht auf dem Hohen See in einer säkularisierten Gesellschaft. Sie beruht darauf, dass die CSU in Bayern vielen Menschen, die mit dem weltanschaulichen Hintergrund wenig zu tun haben, das Gefühl gibt, hier gibt es eine regionale Partei, die unsere Interessen, unser Wohlbefinden und unsere Lebensweise in Berlin auf einer höheren politischen Ebene nachhaltig vertritt. Das ist der Grund. Und eine CSU, die sich in Schleswig-Holstein ausbreiten würde, würde genau diese Identität verlieren. Sie würde vielleicht im Bund 10, 12 Prozent dazugewinnen, sie würde aber im Endeffekt in Bayern mindestens das Gleiche verlieren und sie hätte die CDU aus dauernden Konkurrenten mit im Bayerischen Beritt. Also eigentlich das kryptische Element der Mehrheitsfähigkeit der C-Parteien, das ist nämlich die außerordentlich starke und eigentlich gar nicht mehr zeitgemäße Position der CSU in Bayern, das würden die von sich aus zerstören, wenn sie diesen Weg gingen. Warum drohen Sie denn damit? Die haben nicht damit gedroht. Ja, Seehofer hat nicht mehr. Nein, 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 nein. Es ist gesagt worden, wir machen unser eigenes Programm zur Wahl, aber das heißt ja nicht, dass man sich organisatorisch auseinanderentwickelt. Und im Übrigen... Seehofer hat auch mit dem Gedanken gespielt, sich als Spitzenkandidat aufzustellen. Und wenn Seehofer das macht, naja, dann würde ich sagen, das ist ein Eingeständnis, dass die CSU sonst keine prominente Figur hat, die wirklich Stimmen einsammelt. Das wäre eine kritische Bemerkung, aber das ist doch kein Datum. Und im Übrigen, also wenn ich es ein bisschen provozieren darf, in der Flüchtlingsgeschichte und bei den Landtagswahlen haben zwei Drittel der AfD-Wähler gesagt, hätte die CSU bei uns kandidiert, hätten wir uns überlegt, die CSU zu wählen und nicht die AfD. Und im Übrigen 72 Prozent davon in Rheinland-Pfalz. Also nicht diese tumpen Ostdeutschen da in Sachsen-Anhalt waren, also das war ironisch gemeint, damit kein Problem steht, waren sozusagen die Auslöser dafür, sondern diejenigen, die sich von der CDU in Rheinland-Pfalz so enttäuscht gefühlt haben. Und insofern muss man also sehr deutlich sagen, das sind Bewegungen bei starken Wählergruppen, die sich frustriert gefühlt haben und die nach Artikulation drängen. Und noch ein Problem, das mich ein bisschen umtreibt, ist, ich habe hohen Respekt vor Ihrer Briefunterzeichnung. Ich weiß aber doch genauso gut wie Sie, dass sowohl in der Europa- und Griechenland-Frage und in der Flüchtlingsfrage, in der CDU-Teil der Fraktion, eine erheblich größere Anzahl von Abgeordneten bereit oder auf dem Sprung gewesen ist, ihre Opposition, ihre innerparteiliche und innerfraktionelle deutlich zum Ausdruck zu bringen und die Schriftsätze mit zu unterzeichnen. Und da kam ihr baden-württembergischer Großmogul, Herr Kauder, und hat also die Keule der Fraktionsdisziplin geschwungen. Und dann sind sie alle eingeknickt. Und das ist das Problem, was mich sehr berührt. Wir brauchen eine lebendige parlamentarische Demokratie, die nicht, jetzt sage ich provokant-opportunistisch, sich unter die Knute der Führung duckt. Die Kanzlerin braucht mehr Diskussion und der Kauder braucht mehr Diskussion. Ja, Frau Launert, Sie haben gesagt, also so werden Sie zumindest zitiert in der Zeitung rund um diesen Brief, jeder, der hier sitzt, weiß, dass es bei ihm Karriereende ist, nur nicht bei mir, denn ich bin in der CSU. Also die anderen, die mit unterzeichnet haben, von der CDU, befürchten die das jetzt wirklich? Also die, die da beim Marlina Kreis mit sind, ich glaube schon, dass viele das denken. Also es ist nicht gerne gesehen. Das weiß natürlich jeder in der Fraktion. Und ich habe gesagt, vielleicht nicht bei mir in der CSU, kann es auch bei mir sein. Das kann ich ganz ehrlich. Also jeder, der sich hinstellt und Kritik übt, natürlich, gerade bei den Konservativen, wir machen das wirklich nicht gerne. Also das ist wirklich, wenn man das macht, dann ist es dieses Gefühl, da stehe ich hier und kann nicht anders. Es ist wirklich so. Es macht keiner, ich habe auch hinterher Kommentare von Leuten, ich nenne sie jetzt nicht namentlich, die sagen, nur weil einige Lust am Streit haben. Überhaupt nicht. Da geht es nicht um Lust am Streit. Und ganz im Gegenteil, weil wir wissen, dass Streit in der Öffentlichkeit sehr schlecht angesehen ist. Und deshalb wollen wir eigentlich keinen Streit, weil es natürlich der Partei an sich schadet. Aber wenn wir sehen, dass die AfD immer stärker wird, und wir sagen nur, alles richtig gemacht, wir halten den Mund, und sie wird immer stärker, und wir sagen wieder, alles richtig gemacht, wir halten den Mund, dann haben wir irgendwann eine 20%-Partei im Bundestag. Wir haben sie im Moment noch nicht im Bundestag, die wir eigentlich da nicht haben. Ich glaube, bei diesen 20%, wenn ich damit so etwas sagen darf, die CSU, vollkommen richtig, dass es da einen ganz klaren, sachlichen Konflikt gibt. Und man sieht dem Seehofer ja auch an, dass ihm das sozusagen wirklich eine Bürde ist, die Flüchtlingspolitik und das, worin er seinen Auftrag sieht, nämlich die zu verändern in der Bundesregierung. Aber er hat auch immer im Hinterkopf, die CSU will die absolute Mehrheit in Bayern holen. Und deshalb kommt er eben auch mit sehr viel Theaterdonner nach Berlin. Und das ist das Problem, was dann sozusagen die Leute zusätzlich verunsichert und was eben auch dazu führt, dass der Streit in den Schwesterparteien eskaliert. Und das Momentum darf man eben nicht unterschätzen, dass die CSU es eben auch tut, um besonders klar zu machen, Hallo, wir sind die Partei, die man weiterhin mit absoluter Mehrheit wählen kann, weil wir werden die Dinge dann schon in eurem Sinne regeln. Und da überzieht Seehofer halt regelmäßig. Also der Herr Bilger brachte das Beispiel von dem Parteitag. Aber das steckt als Folie auch immer dahinter. Das darf man nicht vergessen. Aber hier kann ich wirklich sagen, es geht um mehr wie nur darum, ob die CSU die absolute Mehrheit in Bayern erhält. Hier geht es darum, wie die Parteienlandschaft in Deutschland der nächsten Jahrzehnte aussieht. Hier geht es darum, ob wir dauerhaft eine rechtspopulistische Partei im Parlament haben, von der wir nicht wissen, noch nicht wissen, wie sie sich weiterentwickelt. Es könnte doch sein. Ich würde gerne, ob wir eine Veränderung der Parteienlandschaft über die nächsten Generationen mit nicht abschätzbaren Folgen haben. Darum geht es. Wenn man sich jetzt in den letzten Umfragen aussieht. Das will ich niemandem sagen, dass der auch mal an die Mehrheit in Bayern denkt. Aber für die, die da unterschrieben haben, da geht es um viel, viel mehr. Die meisten, es war überhaupt nur ein einziger CSUler dabei, das war ich, daher weiß ich das. Also jeder, der da war, für die ging es um ganz Deutschland. Um die Wählbarkeit der CDU, um stabile, etablierte Parteien und nicht darum, dass wir hier die bayerische absolute Mehrheit schützen wollen. Also das ist wirklich, das ist natürlich klar, dass man politisch oft so argumentiert und so versucht man uns dann natürlich klein zu halten. Aber wirklich, es ging hier wirklich um mehr. Wenn man sich die Umfragen anschaut, dann scheint es ja auch einen Trend zu geben. Nach den letzten Umfragen der Forschungsgruppe Wahl liegt die CDU bei CDU, CSU gemeinsam. Bei der Sonntagsfrage bei 33 Prozent, die SPD bei 21, Linke bei 8, Grüne 14, FDP 7 und AfD 13. Und dieser Trend scheint sich ja irgendwie vorzusetzen. Ich hätte gerne noch die Zahl der CDU ohne CSU. Wissen Sie, wo die liegt? Und dann wissen Sie genau, warum. Nein, einen Moment, Herr Oberrott. Ich würde ganz gerne noch mal, weil wir über den Brief gesprochen haben und Sie gesagt haben, dass viele da eben Angst haben und das ist eben die Diskussion, von der Sie sagen, die so nötig ist, eigentlich nicht möglich ist. Herr Bilger, was haben Sie denn für Reaktionen gespürt, nachdem Sie den Brief unterzeichnet haben? Sie durften ja immerhin jetzt in Baden-Württemberg mit verhandeln. Sie gelten auch als einer der Kandidaten, eventuell für die Nachfolge des Landesgruppenchefs hier in der Fraktion. Also wurden Sie abgestraft, weil Sie den Brief unterschrieben haben? Ich glaube, in der Öffentlichkeit wird oft überschätzt, wie dann wirklich die Konsequenzen in der Fraktion aussehen. Es ist sicher nicht gern gesehen, wenn einer ständig eine andere Linie vertritt, wobei das wollen ja die Wähler auch nicht. Die Wähler wollen ja wissen, wo sie dran sind, wenn sie CDU oder CSU oder andere Parteien wählen. Aber als Vorsitzender der jungen Gruppe gehört es ja quasi zu meinem Tagesgeschäft, auch andere Standpunkte aus Sicht der jungen Generation zu vertreten. Das kommt auch nie gut an bei der Fraktionsführung. Aber es wird dann doch am Ende akzeptiert. Ich glaube, wenn man sich gut einbringt in die Fraktion und dann auch klar machen kann, wenn man mal zum Beispiel so einen Brief unterzeichnet, wenn man sich wirklich an einen Punkt gekommen, wo man das Gefühl hat, ich muss das jetzt tun. Und das ein Sie beide. und der Dauerzustand wird, dann wird es auch wirklich akzeptiert. Also ich habe da keine negativen Reaktionen drauf bekommen. Ich muss mir natürlich danach unserer Wahlniederlage anhören, dass es eben auch an der mangelnden Geschlossenheit und auch an Briefeschreibern liegen würde. Da kann man dann aber wirklich drüber streiten. Und in die Diskussion führe ich dann auch gerne, was jetzt wirklich die Ursachen für unser Wahlergebnis in Baden-Württemberg gewesen sind. Aber ich glaube, dass es schon mehr so ist, dass in unserer Fraktion auch wirklich gestritten und diskutiert werden kann, ohne dass abweichende Meinungen dann gleich einen negativen Einfluss auf die zukünftige Laufbahn haben. Das Argument der Geschlossenheit ist der Schutzwall einer jeglichen Parteiführung und der Abwehrmechanismus für eine offene Diskussion. Das ist überall so. Es hat ein Kärnchen Wahrheit, weil eben innerparteiliche Auseinandersetzung bei den Wählern oft als Streit gilt. Und das mögen sie nicht. Nur, dass unsere Wähler die Demokratie nicht richtig verstehen. Das hat auch einen langen, alten Bart. Aber gleichwohl müssen diejenigen, die sie spielen, die sie am Leben erhalten, müssen sie so erhalten, wie sie gedacht ist. Und sonst kriegen wir ja in der Tat, ich meine, Sie haben so nett von 20-Prozent-Parteien geredet, die SPD stürzt auf die 20 Prozent zu. Die AfD bewegt sich vielleicht in diese Richtung. Die CDU kratzt an der 30-Prozent-Grenze. Also, es gehört nicht allzu viel Fantasie dazu, sich ein Parteiensystem vorzustellen in acht oder fünf oder sieben oder zehn Jahren, indem wir also vielleicht noch die CDU und CSU dank der bayerischen Wahlergebnisse übrigens über der 30-Prozent-Grenze haben. Also, jetzt hat die letzte Bundestagswahl hat auch nicht nur die CSU gewonnen, da hatten wir beispielsweise in Baden-Württemberg auch über 45 Prozent. Ja, aber ihr schwächt ja. Entschuldigung. Aber wir können bis zur Bundestagswahl... Und bei der Europawahl sah es umgekehrt aus. Ist richtig. Und bis zur Bundestagswahl können wir definitiv, wenn wir jetzt unsere Arbeit richtig machen, auch wieder auf die alten Werte kommen. Ich glaube, das gab es noch nie... Was heißt denn Arbeit richtig machen, Herr Bilder? Ich glaube, das gab es noch nie, dass die CDU und CSU nach einer gewonnenen Wahl so lang konstant über 40 Prozent war, wie es jetzt der Fall war, eben bis zur Flüchtlingsrise. Wie können wir es schaffen, dahin zurückzukommen? Ich glaube, wichtig ist wirklich die Geschlossenheit, weil man es auf Dauer dann nicht durchhält, wenn eine Parteienfamilie mit CDU, CSU mit so unterschiedlichen Positionen immer wahrgenommen wird und vor allem halt mit dem ausgetragenen Streit. Ich glaube, das ist dann wirklich das Problem. Also Geschlossenheit. Wir müssen verstehen, dass die Wahlergebnisse der AfD auch ein Denkzettel waren, gerade der in Baden-Württemberg 190.000 CDU-Wähler, die zur AfD gegangen sind. Das heißt, das Anerkennen, dass es da einen Denkzettel gab und dann die Probleme lösen. Ich glaube, wenn wir die Probleme lösen, konkret jetzt im Zuge der Flüchtlingskrise, dann wird sich das Ergebnis der AfD bei den Wahlen im Vergleich zu den Umfragen schon von selbst wieder relativ guter. Ich habe es mal ausgerechnet, bei den letzten beiden Wahlen. Das Interessante, was ich sage, ist, wir in Baden-Württemberg, das stimmt. Es gibt einen Südschwerpunkt der CDU, CSU. Und ohne die exorbitanten Ergebnisse in Baden-Württemberg wie in Bayern, wäre die CDU in einer viel ärmlicheren Position im gesamten Bundesgebiet. Und wenn jetzt Baden-Württemberg wegbricht, wenn Baden-Württemberg auf die Landtagswahlergebnisse zustürzen sollte, das wird hoffentlich nicht passieren. Also ich wünsche Ihnen viel Glück dabei, aber wenn dies der Trend sein sollte, dann hat die CDU als deutschlandweite Partei eine schwere Hypothek zu tragen. Und dann wollen wir uns mal drüber unterhalten. Aber ist das nicht das größte Problem, eigentlich die Große Koalition, die ist für die SPD ein Problem, aber auch für die CDU? Also auf einen Punkt will ich auch noch hinweisen, wenn man ans letzte Bundestagswahlergebnis denkt. Da hat die CDU insbesondere im Osten dazu gewonnen, wo wir ja jetzt sehr lange Zeit schwach waren. Also das war auch ein positiver Merkel-Effekt, würde ich sagen. Also deswegen gibt es schon auch Grund weiterhin für den Optimismus. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir dann auch als CDU wieder unseren Beitrag leisten. Jetzt müssen Sie den Seehofer einkassieren, um auf den Titel unserer Sendung zurückzukommen. Frau Quattbeck, wie groß ist es ein Problem, dass es eben eine Große Koalition gibt? Und wie einfacher wäre es, das Profil zu schärfen, wenn eben jeder für sich arbeiten könnte? Also es ist ja quasi eine politische Binsenweisheit, dass große Koalitionen auf Dauer einer Demokratie nicht gut tun. Und wenn wir den Blick nach Österreich richten, dann sind wir sehr schnell davon überzeugt, dass diese Binsenweisheit auch immer wieder Anwendung findet. Und die Fraktionschefs von Biden, von Union und von SPD, haben sich ja jetzt in den letzten Tagen auch schon geäußert und gesagt, sie wollen die Große Koalition nicht fortsetzen. Und das aus gutem Grund. Aber wenn man sich die aktuellen Umfragen anguckt, dann reicht es im Moment nur für eine Große Koalition. Es würde noch nicht einmal für Schwarz-Grün reichen, was ja bei der CDU, bei der CSU weniger, aber bei der CDU ja so eine Hoffnung ist, dass man in solch eine Koalition gehen könnte. Und man sollte auf jeden Fall vermeiden, dass wir ein Land werden, das dauerhaft mit einer großen Koalition regiert wird. Und natürlich wäre da schwarz-grüne Alternative. Interessant ist ja auch die Entwicklung der FDP, die inzwischen wieder bei 7 bis 8 Prozent steht. Also auch da kann sich noch mal eine Menge tun. Und die Umfragewerte, die wir jetzt sehen, die können wir überhaupt nicht linear in die Zukunft fortschreiben. Da kann sich so viel verändern. Und ich sehe es auch so, da teile ich durchaus ihren Optimismus, dass die AfD wieder deutlich kleiner werden kann, wenn man sieht, man bekommt die Flüchtlingskrise weitgehend in Griff. Es kann aber eben auch die andere Richtung nehmen. Wenn jetzt das EU-Türkei-Abkommen nicht funktioniert und über andere Routen außer dem Balkan wieder mehr Flüchtlinge kommen, natürlich kann die dann auch noch mal weiter in die Höhe schnellen und auch schnell in den Zwanzigern sein. Frau Launert, kann denn mit einer möglichen schwarz-grünen Koalition 2017 etwas, wo Sie sagen, das würde uns helfen, unser Profil zu schärfen? Und da wäre ich auch dabei? Also, wir haben ja gerade gehört, im Moment reicht schwarz-grün nicht. Ich persönlich wünsche es mir nicht. Es gibt welche, die wünschen sich das. Kann ich mir vorstellen. Ob das helfen kann, glaube ich eher nicht, weil es wird natürlich zu einer dauerhaften Stabilisierung der AfD führen. Das ist eher meine Angst, wenn ich ehrlich bin. Aber was würde denn helfen, Ihrer Meinung nach? Also, die Themen, die vielen Konservativen wichtig sind, und dazu gehören die Sicherheitsthemen, ganz klar besetzen und auch für die Zukunft gerichtet die Lösungen anbieten. Also, und Sicherheit meine ich natürlich die innere und die äußere Sicherheit, der Umgang in Zukunft mit der Flüchtlingskrise, nicht den Türkei-Deal als einzigen Weg. Die Herausforderungen sind ja noch nicht gelöst. Wir haben ja immer noch die 60 Millionen auf der Flucht, die jetzt vielleicht versuchen, über andere Fluchtrouten zu kommen. Also, eine klare Einigung. Dann haben wir, Sicherheitsproblem heißt natürlich auch Sicherheit bei den Finanzen. Ja, das ist ja was, was man immer nie ansprechen durfte in der Flüchtlingsgräber. Aber das muss man ja auch ganz ehrlich sehen. Die Menschen haben ja auch Angst, weil sie denken, sie kriegen weniger. Irgendwann haben sie dann weniger. Jetzt können Sie sagen, das stimmt ja im Moment alles noch nicht. Aber das sind Ängste, die da sind und die natürlich nicht völlig von der Hand zu weisen sind. Wenn wir natürlich Milliardenpakete haben und wenn wir nicht permanent eine immer stärkere Wirtschaft haben, sondern irgendwann, und auch das ist ein Gebot der Wirtschaftswissenschaften, geht es, wenn es oben ist, geht es irgendwann auch mal wieder runter, dann werden wir auch Verteilungskämpfe haben. Und davor haben die Menschen Angst. Also das sind alles Sicherheitsthemen, die da eine Rolle spielen. Und wenn wir da die Ängste nicht nehmen und die AfD entzaubern, also ich bin da nicht ganz so zuversichtlich. Das würde ja nicht für eine schwarz-grüne Koalition sprechen eben, Herr Oberrott. Wäre das eine Möglichkeit, wo Sie sagen, wenn man das jetzt in Baden-Württemberg, sagen wir mal, gut läuft, wir haben da einen konservativen Grünen an der Spitze, Sie sagen, das wäre eine Chance, wo sich die CDU als wertkonservative Partei auch wieder profilieren könnte? Also das Spiel ist doch seit Langem im Gange. Das erste Experiment gab es, wenn ich mich recht erinnere, in Hamburg. Und als es gescheitert ist, ist dort sogar Spitzenleuten von den Grünen das Bedauern über die Lippen getreten. Wir haben es ausgerechnet in Hessen und ausgerechnet mit Herrn Bouffier, wo es still und effizient und ganz vernünftig funktioniert. Wir haben es jetzt in Baden-Württemberg, dort wird es wahrscheinlich mit den Leuten, die jetzt da sind, auch vernünftiger laufen, als es in der Vergangenheit gelaufen wäre. Es ist zumindest eine Option, zumal das ökologische Thema ja keines ist, dass irgendeine Partei vernachlässigen könnte, wenn sie Zustimmung finden will am Wählermarkt. Das Sicherheitsthema übrigens auch nicht. Also zu meiner Überraschung haben sich die Grünen in Bayern gestern ausdrücklich für die starke Macht der Polizei ausgesprochen. Stimmt, das hat man zunehmend jetzt von Grünen, dass sie mehr Polizei haben wollen. Reichen und Wunder, sowas gibt es ja überhaupt nicht. Um Schlimmeres zu verhüten, wollen sie erst die Polizei aufrüsten. Also es gibt halt, ich meine, irgendwann fällt auch dem Dümmsten ein, dass die Motivation zur Gründung des Staates, der Schutz der Bürger, also die Sicherheit gewesen ist und dass man das nicht vernachlässigen kann. Also es sind viele Dinge unterwegs. Ich bleibe aber dabei, dass wir diese Diskussion insgesamt, nicht nur hier, also nicht wir, wir sind ja sowieso prima, sondern dass insgesamt diese Diskussion zu oberflächlich geführt wird und eben man nicht so deutlich sieht, dass diese Gesellschaft sich individualisiert, in den großen Parteien zum Teil nicht wiedererkennt, nicht zusammengefasst und zusammengefangen werden kann. Und das sind die wirklichen Herausforderungen, wie die großen Parteien funktionsfähig bleiben können als Aggregationselemente in der Gesellschaft. Aber vielleicht muss man auch einfach damit leben, dass man sagt, wie in anderen Ländern auch, es gibt jetzt einfach mehr Parteien, vielleicht ist das auch alles gar nicht so schlimm. Vielleicht macht man sich da Sorgen, Herr Bilger, die man sich gar nicht sorgen, die man sich gar nicht machen müsste. Man sagt, okay, es ist halt einfach so, wir sind jetzt, unsere Gesellschaft ändert sich, die Rolle der Volksparteien ändert sich auch und dann muss man immer gucken, wo man inhaltlich mit wem das hinbekommt. Ja, wir sind als Union ja bisher sehr erfolgreich. Wenn wir anschauen, wen wir als Schwesterparteien hatten in Europa, wie viele da gar nicht mehr existent oder nicht mehr in Parlamenten vertreten sind oder nur noch mit ganz unwesentlichen Prozentanteilen, dann steht die Union schon sehr gut da. Also ich glaube, das spricht dann vielleicht auch ein bisschen für unsere Arbeit, spricht auch für die Stabilität, die wir in Deutschland haben. Und ich glaube, es hat Deutschland schon geholfen, dass wir jetzt nicht solche Parlamente hatten wie in anderen Ländern, wo es wirklich dann zahlreiche kleine Parteien gibt, die mühsam irgendwelche Koalitionen bilden müssen. Ich glaube auch nicht, dass Dreierbündnisse auf Dauer gut sind, wenn sich drei Fraktionen zu einer Regierung zusammenfinden müssen, aber wenn wir jetzt vielleicht in so eine Konstellation sogar reinlaufen könnten bei der nächsten Bundestagswahl, sondern dass man schon möglichst klare Verhältnisse haben sollte. Das halbe ich aber auch sage, dass die Große Koalition wirklich nur eine Ausnahme sein sollte. Bei der letzten Bundestagswahl war es so, dass wir keine andere Möglichkeit hatten. Die Grünen wollten nicht mit uns, dann gab es, nachdem die FDP nicht mehr Parlament war, nur noch die Große Koalition. Und das darf auch aus meiner Sicht kein Dauerzustand werden. Was lernen Sie denn jetzt, oder haben Sie jetzt aus den Verhandlungen mit den Grünen gelernt, wo Sie sagen können, okay, das könnte funktionieren im Bund, oder das geht eben gerade gar nicht aus den Erfahrungen, die Sie jetzt gemacht haben? Ja, also es war schwer genug mit den Grünen in Baden-Württemberg. Wenn ich dann denke, dass die Grünen Baden-Württemberg ja von vielen Bundesgrünen sehr kritisch gesehen werden, weil sie eben doch als relativ konservativ gelten, dann liegt es schon auch viel an den Grünen. Also bei der letzten Bundestagswahl, wie gesagt, war in der Grünen Partei keine Bereitschaft, überhaupt mit uns über Koalition zu reden. Ich habe aber auch gemerkt in Baden-Württemberg, dass, wenn es sein muss, es schon möglich ist. Also wir haben uns bei Themen der Nachhaltigkeit bis hin zur Bewahrung der Schöpfung, die als Ziel im Koalitionsvertrag steht, relativ schnell zusammenfinden können, bei der Haushaltspolitik, bei vielen anderen Themen. Und natürlich gab es auch viele Streitthemen in der Gesellschaftspolitik, die es aber mit der SPD genauso gab, bei den Koalitionsverhandlungen im Bund, oder auch bei anderen Themen, die aber mit anderen Parteien auch sehr strittig wären. Frau Lohrnert, Sie gucken so kritisch, Ihnen ist das unheimlich, damit die Grünen. Naja, weil also integrat, ich bin halt davon aus, oder ich gehe davon aus, dass wir die Flüchtlingsproblematik noch nicht gelöst haben. Und zwar sowohl die Integration der hier lebenden Flüchtlinge, als auch die generelle Gefahrenlage, die wir da noch haben. Und ich meine, wenn ich von Vertretern der Grünen höre, wir holen jetzt alle, die da in Griechenland sitzen, wieder zu uns, dann habe ich den nächsten Sog-Effekt, dann habe ich genau dasselbe wieder. Also daher stelle ich mir die Zusammenarbeit mit den Grünen, von Herrn Kretschmann will ich nicht reden, ja. Da ist sozusagen auch bei den Grünen eine Ausnahme, der einige Kompromisse mit den sicheren Herkunftsländern natürlich dann auch ermöglicht hat. Aber wenn ich von grünen Abgeordnetenkollegen höre, dass wir die jetzt alle aus Griechenland wieder zu uns nehmen, also dann habe ich genau dasselbe wieder ausgelöst, was ich im September habe. Und das kann ich ganz ehrlich, das ist, dazu ist das Thema einfach zu groß. Sie müssen jetzt aufpassen, dass Sie dieses Grundsatzproblem nicht alleine auf die Flüchtlingsfrage reduzieren. Denn wenn Sie das tun und das Flüchtlingsproblem wirklich, was ich auch nicht glaube, gelöst sein sollte, dann haben Sie im Grunde eine Diskussionsfront, die sehr ähnlich ist, bloß die Dimension des Problems wird nicht so sichtbar, weil die Wandlungstendenzen mehr in der Gesellschaft sind. Und weil natürlich dann so Fragen wie Familienbild, Kinderbetreuung, Lebensgemeinschaften, alles Fragen sind, die weltanschaulich die C-Parteien natürlich herausfordern, speziell die CSU, obwohl sie auch hier seit zehn Jahren auf einem Modernisierungstrip ist, wo sie aber immer noch zurückhaltender agiert, als die anderen Parteien und auch als die CDU. Und das ist eigentlich der Punkt, wo sozusagen der Zopf zwischen den Schwesterparteien schon frühzeitiger festzumachen gewesen ist, in unterschiedlichen Gesellschaftsfamilien und weiß der Teufel was alles für Bilder. Frau Quattbeck, als Beobachterin, kriegen Sie die letzten 30 Sekunden. Was denken Sie, wie lange geht das noch weiter mit diesem Zopf? Oder wird es dann irgendwann mal auch nach außen ganz klar eine Einigung geben, dass man merkt, das funktioniert wieder mit der Union? Also ich traue den Schwesterparteien nach wie vor Wahlkampfdisziplin zu. Die werden sich Ende Juni zusammenreißen. Wir werden ein gemeinsames Wahlprogramm und einen Bayernplan bekommen. Der Bayernplan wird etwas akzentuierter sein, als das beim letzten Mal war. Beim letzten Mal standen da eher so die schönen Dinge drin, die die CDU auch wollte. Ich glaube, der einzige Punkt war die Maut, wo es da einen Streitpunkt gab. Und der wird diesmal akzentuierter sein. Ich vermute, da wird die Obergrenze im Bayernplan drinstehen und im gemeinsamen Wahlprogramm nicht. Okay, dann sind wir mal gespannt. Klare Ansage von Ihnen. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion. Wir beobachten das natürlich sehr ausführlich hier bei Phoenix. Und morgen gibt es wieder eine Runde. Da heißt es dann das Erstarken der Rechtspopulisten. Was macht sie so erfolgreich? Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dann. Tschüss. Musik 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 Musik